jo hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen fight ein klein war gegen meinen kleinen sohn in seiner eigenen gewählt hier auf ja sein server den er kreiert hat wusste gar nicht dass man sich zu spontanen server kreieren kann ab so das muss neu sein ich habe überhaupt keine ahnung von hinter sie wollte das wunder gefallen schon mal das ist schon vor positiv aber nicht ich habe hier mit grad immer weiter da muss man hier nichts was ich looten kann ich brauche jetzt nichts unter mir super habe ich jetzt ein bisschen mehr glück ich muss ja irgendwo dahin wo loot ist weil sonst ist kacke ich muss da ein top nehmen wir alles mal mit hier so und ja das sind zwar eben dass hier das ist irgendwie so aggranaten gelassen steine verschwinden herausgefunden und das ist hier um raketenwerfer zu bedienen hier ich muss da hinten jetzt ich muss jetzt aber ich kann da nicht mich nicht teleportieren ich kann nur jetzt auch steine weg gemacht habe ich da jetzt komme ich hier komme ich irgendwo hin aber nicht wo ich will das ist das weg weg komme ich darüber ich brauche blut blut ich brauche nur zwei blut blut Blut, 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 Blut. Hier ist Blut. Blut, Blut, Blut. Mal was mitnehmen hier. So. Okay. Ach. Zu langsam gewesen mit der Rakete. Oh man. Blut, Blut. Wo finden wir noch Blut? Da hinten ist noch Blut. Oh, hier haben wir noch ein Leadpack. Was kann das Leadpack? Wer ist das Leadpack? Achso, das ist ein Reveilpack. Okay. Wo ist denn der Bengel? Okay. Ich will das da hin zum Beispiel. Aber ich kann da fliegen dann. Achso, okay. Aber dann bringt mir gar nichts. Im Gegenteil, das bringt mich ja um. Diese scheiß Raketen. Die schießen mich nur hoch. Mehr nicht. Das für ein blöder Scheiß. Die bringen ja gar nichts. Das ist ein blöder Scheiß. Der unten ist, ja? Ich brauche Loot. Ich brauche mal noch Loot. Schön, dass man... So. Das Zeug baut ja irgendwie Brücken, ne? Aha, aha. Aha. Bam. Hm? Was läuft hier? Ich brauche Loot. Au! Boah, 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 boah! Oh, einen Stein! Kommt doch einen Stein auf mich! Nein, kein Stein unter mir. Ich brauche Loot. Vernünftiges Loot ist alles Sachen, die man nicht braucht. Ich komme da nicht rauf. Verdammt. Da gibt es ja kein Loot hier. Wir sind so weit weg. Ich komme da nicht rauf. Fall in Ruhe runter. Ich komme die Loot-Dinger nicht erwischen. So. Was? Wieder was? Die Loot-Dinger ist nicht stabil. Irgendwas hat er gesagt. Ah, hier ist der Loot. Sehr schön. Hopp. Ey. Oha, was habe ich denn gemacht? Mann. Wieso? Eigentlich hätte ich die Waffe nicht wählen dürfen. Oh, das war so ein schöner Platz. Ich bin so dumm. Ach ja. Bin ich blöd. Ich bin zu blöd für diese Spiele. Wieso falle ich jetzt sofort runter? Mh, Fick-Tech-Blöde-Spiel. Letzte Runde auf jeden Fall. Ich habe da keinen Bock zu. Ich kann das nicht. Nein, ich bin lieber der in Ruhe, der vor sich hin bastelt, als so ein Kram hier zu machen. Hopp. So, das haben wir erreichen. Nun habe ich noch irgendwas. Ich habe auch sonst nichts mehr, was man brauchen kann. Na, nö. Halt, 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 halt. Das hier. Ich weiß es nicht. Also, popp ich mich wieder höher. Okay. Ah ja, okay. Da will ich nicht hin. Ich will zu den Lootboxen hin. Schnell umschalten, dass ich mich hier selber den Boden weghaue. So, hier können wir hin, ne? Ja. Oh, Munition. Na ja, ist ganz nett, aber... Wow, 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 wow. Arschloch. Wenn ich die Sachen ausgewählt habe, ich muss mir unbedingt angewöhnen, die Zahlentasten zu nehmen. Wer ist denn was hier? Nummer 11. Okay. Da will ich hin. Das ist mit dir. Nichts. So. Du blutest ja. Oh, Mann. Das ist so ein Lamer. Du bist nicht richtig gut geritten. Ich habe dich gewundert. Ich habe mich nicht. Aber das ist so ein Lamer. Ich habe mich nicht. Wir waren auf einem, eine Mittelernte. Er ist gefallen und hat eine Art ausgelaten. Okay. Dann brauchst du auch mal eine Tiere. Ich habe dich jetzt. Und dann rein. Ja, das ist eine geniale Seite. Wahrscheinlich gekämmt habe, ne? Wird man irgendwann rausgekickt. Komme ich da hin? Nein. Los, dann gehen die weg. Was soll denn das? Penner. Was soll denn Penner? Wo ist er denn, der Arsch? Ich muss mich rächen. Wo ist er denn? Ja, gut, ich brauche auf jeden Fall Loot. Ich brauche Loot. Der geht nur abwärt. Ich brauche Loot. Ich brauche Loot. Ja, aber der Schuss ist ja von früh bis spät. Dann sollen wir noch die ganze Nacht... Oh. Machen Sie ihn einfach. Oh. Loot, Loot, Loot. Ich brauche Loot. Da hinten ist Loot. Ich komme da hinten nicht hin. Aber ich haupt mir wieder alles weg vorher. Oh, ja. ich kann nicht steuern dann habe ich auch keine lust mehr so, ab und tschüss so, wie komme ich da jetzt da rüber, ich habe überhaupt kein Loot mehr hier in der Nähe so, das war es, so, alles klar, naja, ist nichts für mich, ich habe es versucht, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen, ciao, ich bin weg, euer Jocke, tschüss